We can be so much more than who we are So much more than who we are We can, we can Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir Wir sind schon on the road und haben schon voll was zu tun Da ist der Felix Wir können die Kinder ins Wasser raufstellen Ja, dann mach das mal Ja, hier ist doch besser Aber hier ist auch nicht so cool weil dann steht die Vier drauf und kann sich nicht so gut schieben Hört sich aber sehr anders an So genau, wir haben hier ein Baby dabei mit einem Einkaufswagen und wie ihr seht wir sind bei Poco gerade Poco Und ja, ich wollte noch was gucken für meinen Stand in Nashville, vielleicht finden wir irgendwas Und meine Geschwister sind schon drinnen sind schon abgehandelt und ich auch Marlies und Mary dabei Hier haben wir den süßen Bennet dabei Tadaa Warte, ich will die mal zeigen Das muss immer ein Schuh werden Er hat eine super süße neue Jacke an Wird sich schnucklig so eine College Jacke genau heißen Dann haben wir so eine neue Decke und ein Spucktuch hat er auch noch dabei Ich höre die Kinder Und er hat eine richtig schöne Frisur Genau Die süße meine Engel Mit unserem Cybex Hier sind Marlies und Mary, herzlichen Glückwunsch Hi, was macht ihr hier? Guckt ihr nach Sachen? Oh, das ist aber echt schön Wer mag auch so maritime Sachen Schreibt mal in die Kommentare Da ist da Felix, er flüchtet schon wieder Für sowas vielleicht? Was? Passen hier die Babys rein Nein, er ist zu klein Oder? Dann musst du lieber ein XP Der ist günstiger Ja, das stimmt auch Das ist halt echt gut Oh, wie bist du? Päle, ich glaube, du hast was du essen So zwingt mal Da sind sie viele Hallo, du hast got mein PIS Fertig Ja So mein Lieber, wir sind jetzt in einem Einkaufszentrum Das hier ist der City Park, oder? Ja City Park, genau Meine Geschwister sind hier vorne Hier laufen sie Können wir euch mal umdrehen? Hi Hier saßen wir schonmal Wollen wir mal nach Antics Family? Ja Mal gucken Brauchen wir nochmal ein neuer Bikini, ne? Guck mal, der sieht aber gar nicht so schlecht aus, für mich Ja, ein Bikini brauchst du nicht, wo wir selten gehen Ja, aber der ist schön Farbkombi mag ich sehr gerne Du musst immer noch bedenken, was der alte gekostet hat Oh ja, stimmt, den habe ich aber noch Den brauche ich ja gar keinen Das hier ist süß Ich mag das häcklich Wird Ben denn bestimmt voll gut stehen, oder? Ja, wirklich süß mit diesem Ja Halt das mal Heb das mal Welche Größe? 56 Heb das mal Heb das mal Ich krieg's wieder Ärger von den Fans Oh ja, stimmt Ich muss ja ordentlich reden, oh verdammt Oh, das ist aber auch süß und für 8 Euro das ist voll günstig Und die von CNA stehen ihm richtig gut Aber das finde ich zu doll, ne? Oder? Suchst du Mary mit Ben denn? Suchst du Mary mit Ben denn? Dein Baby Schatz, was sagte zu dir? Das ist süß Hattest du auch mal Mary kann man nicht überhören mit ihrem Schotter auch, ne? Oder sowas gestreiftes, Mary Den gibt's auch in Benetons Größe Oh, sowas ist ja süß, ne? Ja Oh mein Gott, Schatz Ja, das ist süß Nee, die 8 Euro Die Geld Schatz, sie Ach, sie braucht 10 Euro den Papier, ne? Ja, das stimmt Oh, die neue Kollektion ist richtig süß Ja, das stimmt Das stimmt Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ja, das stimmt Kann man nicht Ja, da ist ja Das stimmt Ja, da ist ja Ich habe Kinder Jetzt bin ich Das ist ja nicht so viel, ne? Sehr gut. Sonst ist es immer noch heilsatt. Hallo meine Lieben, wir sind glaube ich hier. Ihr seid Frettchen. Wir haben was gekauft, zeig mal. Achso, Fretchen. Eine Box. Kennt ihr schon. Haben wir schon mal gekauft. Aber wir brauchen im Augenblick noch eine. Deswegen haben wir gerade noch eine gekauft. Jetzt gucken wir gerade noch, ob wir irgendwas anderes finden. Aber ich glaube, wir huschen nur kurz in die Fundgrube. Wir haben gerade eine von euch getroffen. Das war voll toll. Wir haben gerade eine Zuschauerin geschürfen. Ein lieber Gruß an dich nochmal. Wir vloggen heute. Ich hätte die Kamera auch rausholen können, aber ich wusste nicht so recht. Genau, also lieben Gruß an dich. Es war super süß, dass du uns angesprochen hast. Manche trauen sich das einfach nicht, ne? Vor allem, sie hat sich am Anfang entschuldigt. Das musst du dich. Das ist echt toll, dass du da warst. Wir sind jetzt total happy deswegen. Guck mal wie viel. Das ist die saure Soße. Oh mein Gott. So meine Lieben, wir sind jetzt ready, steady to go. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Malis war jetzt noch gerade bei Sky und hat einen Kuchen für meinen Bruder gekauft. Ihr habt ja gesehen, wir haben bei Aldi aber bei Aldi gab es leider keinen Schokokuchen. Sie hat nicht nur einen Kuchen gekauft. Sie hat zwei Kuchen gekauft. Genau, wir haben jetzt hier gerade gewartet im Auto. Weil wir haben bei Aldi einfach keinen Schokokuchen gefunden. Wie gesagt, mein Bruder isst nur Schokokuchen. Genau, deswegen hat sie jetzt noch gerade einen Kuchen gekauft. Und jetzt werden wir nach Hause düsen, beziehungsweise noch kurz zur Bank. Und dann werden wir nach Hause düsen. Beziehungsweise kurz dein Bruder abholen. Mein Bruder abholen und dann nach Hause düsen. Ich hoffe ihr habt den Vlog schon gesehen, wo wir beide einkaufen waren. Ich verlinke euch das mal hier oben am i. Da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Den Münster Vlog mit Marlies müsst ihr auch auf jeden Fall schauen. Verlinke euch auch mal hier oben beim i. So lustig. Genau, und jetzt werden wir erstmal nach Hause fahren. Wir haben alles erledigt, was wir erledigen wollten. Und dann, ja mal schauen, was wir gleich noch so machen. Gucken wir, wir nehmen direkt den ganzen Einkaufswagen mit. Nicht, dass du ihn gleich wieder gefährlich im Malheber machst. Aber wieder zurückbringen, ne? Ja. So, meine Lieben. Wir sind hier zu Hause, wie ihr seht. Und wie ihr hört, Felix guckt Fußball. Ja, guckt gerade Fußball hinten. Bayern gegen... Schatz? Was? Bayern gegen... Frankfurt. Bayern gegen Frankfurt. Genau. Ich habe gerade schon in der Zeit, wir sind schon, glaube ich, seit 2 Stunden zu Hause, Pakete verpackt, denn... Drei kleine Babys machen sich auf den Weg zur neuen Mama. Also zu ihrer jeweiligen neuen Mama. Nach dem Pfingstwochenende jetzt. Also am Dienstag dann. Dann habe ich hier ein bisschen aufgeräumt und einige Sachen erledigt. Und ich habe die Ikea-Kiste aufgebaut. Ich weiß nicht genau, ihr seht es bestimmt. Da oben ist die Ikea-Kiste, die wir heute neu gekauft haben. Da ist noch die Mei-Lin. Die Saskia, die kommt mit nach Eschwege. Und... Da oben ist unser Silikon-Baby. Genau. Die kleine Mausi. Ja, mein Lieben, und dann würde ich mich auch für diesen Vlog verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben mich ein bisschen mehr mal mitgenommen. Ich fände es auch mal ganz cool, so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit zu filmen. Ich musste mich auch mal so ein bisschen trauen. Aber ich fand das wirklich ganz cool. Im nächsten Vlog spreche ich nochmal ein Thema an. Oder in einem extra Video vielleicht. Aber das wollte ich in diesem Vlog nicht mit rein machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!